Hallo und herzlich willkommen beim ersten Übungsvideo zum Thema Vektoren. Wir werden in diesem Video einen Vektor als Summe mehrerer Vektoren berechnen. Danach bestimmen wir den Betrag dieses Vektors und betrachten das Skalarprodukt zweier Vektoren. Los geht's! Wir betrachten drei Vektoren a, b und c. Um zu kennzeichnen, dass es sich hier um Vektoren handelt, machen wir eine Art Pfeil über die Bezeichnung. Vektor a ist gleich minus 3, 2, 5. Vektor b ist gleich 1, minus 5, 2. Und Vektor c ist gleich 11, minus 2 und 1. Wie du siehst, schreibe ich Vektoren in runden Klammern. Du kannst gerne eckige verwenden, wenn dir diese geläufiger sind. Ich bleibe bei runden Klammern. Aus den drei Vektoren a, b und c wollen wir einen Vektor V folgendermaßen berechnen. V ist gleich 4 mal a plus 3 mal b minus c. Setzen wir die Zahlenwerte ein. V ist gleich 4 mal Klammer, minus 3, 2, 5, plus 3 mal Klammer, 1, minus 5, 2, minus Klammer, 11, minus 2 und 1 ist gleich. Die Klammern um die Vektoren werde ich ab jetzt nicht mehr extra erwähnen, da eigentlich klar ist, dass es sich um Vektoren handelt. Ein Vektor wird mit einer natürlichen Zahl multipliziert, indem jede einzelne Komponente mit der natürlichen Zahl multipliziert wird. 4 mal den Vektor a ergibt somit den Vektor minus 12, 8 und 20, da wir 4 mal minus 3, 4 mal 2 und 4 mal 5 rechnen müssen. Was ergibt 3 mal Vektor b? 3 mal b ergibt 3, minus 15 und 2. Wir erhalten also minus 12, 8, 20, plus 3, minus 15, 6, minus 11, minus 2 und 1. Vektoren werden addiert bzw. subtrahiert, indem die Komponenten zeilenweise addiert bzw. subtrahiert werden. In der ersten Komponente ergibt das minus 12, plus 3, minus 11. In der zweiten Komponente 8, minus 15, plus 2 und in der dritten Komponente 20, plus 6, minus 1. Ausgerechnet erhalten wir den Vektor V mit minus 20, minus 5 und 25. Als nächstes wollen wir den Betrag des Vektors V berechnen. Vektoren kann man sich geometrisch sehr gut als Pfeile vorstellen. Der Betrag eines Vektors entspricht der Länge dieses Pfeils. Wir werden uns das in Kürze an einer Grafik genauer ansehen. Berechnen können wir die Länge dieses Pfeils, also den Betrag eines Vektors, mit dem Pythagoras. Der Betrag unseres Vektors V ist gleich Wurzel aus erste Komponente zum Quadrat, also minus 20 zum Quadrat, plus zweite Komponente zum Quadrat, das ist minus 5 zum Quadrat, plus dritte Komponente 25 zum Quadrat. Beachte die Schreibweise für den Betrag mit senkrechten Strichen um den Vektor V. Wir tippen in den Taschenrechner ein und erhalten 33,6749, gerundet 33,68 als Ergebnis. Betrachten wir einen weiteren Vektor W ist gleich minus 4, minus 1 und 5. Was fällt dir auf, wenn du die Vektoren V und W vergleichst? Vektor W ist gleich ein Fünftel mal Vektor V. Man könnte auch sagen, wir haben den Vektor V durch 5 gekürzt und daraus Vektor W erhalten. Geometrisch gesehen passt gekürzt sehr gut. Wie du auf diesem Bild siehst, zeigen der grüne Pfeil, der Vektor V repräsentiert und der schwarze Pfeil, der den Vektor W darstellt, in dieselbe Richtung. Der schwarze Pfeil ist aber bedeutend kürzer als der grüne. Das heißt, die Vektoren V und W zeigen in die gleiche Richtung, der Betrag von Vektor W ist aber kleiner als der Betrag von Vektor V. Das kannst du natürlich auch rechnerisch überprüfen. Berechne den Betrag von Vektor W. Der Betrag von Vektor W ist gleich Wurzel aus minus 4 zum Quadrat plus minus 1 zum Quadrat plus 5 zum Quadrat ist gleich 6,48. Wir wollen uns noch einen weiteren Vektor, nämlich den Vektor U gleich 504 ansehen. Gesucht ist das Skalarprodukt oder auch innere Produkt der Vektoren U und W. Wir schreiben dafür U mal W. Für das Produkt zweier Vektoren gibt es mehrere Möglichkeiten. Neben dem Skalarprodukt gibt es zum Beispiel noch das Kreuzprodukt und einige andere. Diese Produkte unterscheiden sich in ihrer Bedeutung und Berechnung. Schreibt man Vektor U mal Vektor W mit einem gewöhnlichen Malpunkt, meint man das Skalarprodukt. Andere Produkte werden auch mit anderen Rechensymbolen geschrieben, aber das soll uns hier nicht weiter interessieren. Wir berechnen das Skalarprodukt der Vektoren U und W. Beim Skalarprodukt merken wir uns, dass am Ende ein Skalar und kein Vektor rauskommt. Mit Skalar ist eine Zahl, wie zum Beispiel 42 gemeint. Wir rechnen. Das Skalarprodukt von U und W ist gleich minus 4 minus 1 5 mal 5 0 4 ist gleich. Wir multiplizieren zeilenweise und addieren. Erste Zeile minus 4 mal 5 plus 2. Zeile minus 1 mal 0 plus dritte Zeile 5 mal 4 ist gleich minus 20 plus 20 ist gleich 0. Das Skalarprodukt von Vektor U mit Vektor W ergibt 0. Hier sehen wir eine wichtige Eigenschaft des Skalarprodukts. Ist das Skalarprodukt von zwei Vektoren gleich 0, so stehen diese normal aufeinander. Das heißt, Vektor U steht normal auf Vektor W. Zum Abschluss dieses Videos ist der Vektor N gleich 5 4 5 gegeben. Steht Vektor N normal auf Vektor W? Um zu überprüfen, ob N normal auf W steht, berechnen wir das Skalarprodukt von W und N. Ist gleich minus 4 minus 1 5 mal 5 4 5. Ist gleich minus 20 minus 4 plus 25 ist gleich 1. Das Skalarprodukt der Vektoren W und N ist ungleich 0. Somit stehen diese nicht normal aufeinander. Wir sehen uns beim nächsten Video.